La d'anne mobile, qu'al più malvento, frutta d'acertol di perciero, sempre una mobile, che già trovi... Äh, sorry. Ich habe eine Laktoseintoleranz. Ich habe Mozzarella di Buffalo. Haben Büffel keine Laktose? Wir haben die Produkte. Ja, aber das sind ja keine Kühe. ...du das Leben. Klar sind es Kühe. Ja schon, aber keine Milchkühe. Galaxus.ch. Fast alles für fast jeden. Ähm, wie soll ich denn Mozzarella machen ohne Milch? Keine Ahnung. Im Falle ist es noch recht kompliziert. Ich glaube, das müsste ich mal schnell googeln. Das mache ich auch. Da. Die Büffelmilch ist nicht laktosefrei. Sie enthält ca. 4,9 Gramm auf 100 Milliliter Milch. Dies entspricht in etwa der Kuhmilch. Ja, aber so Käse ist doch easy wie Glaktose, oder? Ähm, aber nur der reife Hartkäse. Ja, aber du hast ja gar noch nicht probiert. Und äh, für dich würde ich es ja sogar noch abkratzen. Aber das ist Tiefkühlpizza. Ja, aber ist ja auch noch nicht so viel Mozzarella. Das ist lieb, aber wir können uns auch ohne Pizza küssen. Ja, aber da. Ja, aber hier ist. Echt? Ja, aber da ist eine große Linke. Ja, aber da ist ja auch. Ja, aber da ist ja auch, ich bin. Vielen Dank.